. Was für ein Problem, hallo? Im Notfall, wenn ich Panik habe, nehme ich den Mester XPD. Das heisst, es wirkt sofort. Ja, was hat er für eine Erziehung gehabt? Total problemlos. Ich habe bis 21 keine Erfahrungen gesammelt. Hollywood. Klar werde ich noch ein Star. Ist ja klar. Und dann sind wir nach Milano. Und die haben einfach gesagt, yes. Du weisst, jetzt will ich halt einfach modellen. Die bilden den Lustboy, ha? Gucci und Prada haben beide einen Exklusivvertrag gewonnen. Wenn man sowieso nicht religiös ist, spielt das dann auch keine Rolle mehr. Baff! Lifestyle, oder? Plattform. Ich wollte einfach die absolute Reizüberflutung. Und dann irgendwann ein unglaublicher Panikanfall. Ja, schwindelig. Aushalten, zurück. Abonniert den auf dem Tunde. Abonniert den Ereign. Und dann reicht es wieder. Und dannricworta. Ich bin weg. Und dann書f es wieder. Abonniert den Ereign.